Tag Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 2. In dieser Folge waren wir... Oh! Falscher Weg. Wollen wir jetzt endlich mal, würde ich mal sagen, den Plop da töten, ne? Einmal besiegen. Gut, wir haben jetzt natürlich recht wenig Leben, aber... Boah, echt zwei Schläge, ist nicht schlecht, aber... Ich nehme hier jetzt erstmal... ...dieses eine Schwert und die Keule. Weil diese Keule ist ja auch gut, ne? Das ist ja nicht so, dass sie schlecht ist. Wo ist die denn? Die Keule und... Hier ist die Großkeule. Ja, damit ich meine Waffe nicht kaputt mache. Gut, hier kann man eigentlich gut Titanit-Scherben farmen. Oder können die hochklettern? Ne. Läuft eiskalt umzu. Was ist dort? Ah, du furzi. Ja, schon, ne? Bebenstein. Zeit, drei. So. Alter, irdischer Stein. So ist hier. Hat dieser Heini nochmal. Geht das Ding jetzt auf A? Ne. Schade. Ich will doch irgendwas auf A skalieren sehen. So, ähm... ...schade. Habzug-Dämon. Aha. Boah. Oh Gott. Damage. es geht ja gut abzug dem und seele richtig so gibt es hier sonst noch was außer gift mir sicher das gift ich lasse es lieber ich kenne dich doch schon jetzt hier geht es wie steht das ding ist gut ich habe meine Gedanken zu werden, meine Erinnerungen zu werden, meine Erinnerungen zu werden die Erinnerungen zu werden, meine Erinnerungen zu werden ich bin Angst, wenn alles zu werden sollte, was werde ich mehr von mir ich hatte einen älteren Bruder wir haben zusammen gelernt, er wurde der größte Schmerz in mirra I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then, one day, he was gone. Now I'm certain that he was taken by the curse. If only someone would hear my tale, my brother must have come here, too. Soon. Soon I may forget even about him. If only someone would hear my brother soon. Well, sonst... nee, sonst geht's nicht. Hallo. There. See. See. Ja, toll. Ein Level, ey. Belastung. Muss ja. Ah, da steht die. Scheiße, wir wiegen immer noch zu viel, ey. Warte mal, wie viel wiegt das? 0,5? 1,5. Wenn ich das Ding erstmal raus und nutze hier... ...den. Müsste eh so besser sein. Oh. Oh. Ich bin hier in Majula. Ich danke dir. Du warst sogar nett genug, mich zu schlafen. Ich danke dir so sehr. Die einzige Sache, die ich ausführen kann, ist Pyromancy. Aber wenn... Ja, klar. Ich will erstmal eine Pyromancy-Flamme. Hey, wo bekomme ich denn eine Pyromancy-Flamme her? Kannst du mir eine geben? Warte, ich skipp das mal. Es... 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 Es war... Ja, ich gebe dir den Helm. Sei sicher. Ich habe meine Zeit. tumm... Ich habe mich nicht unterbreitet. Und du hast mich nicht unterbreitet. Ich habe mich nicht unterbreitet. Irgendwas, äh, ausgeben muss. Komm ey, wie wär's mal mit großen Titanit-Scherben, hä? Asketen-Leuchtfeuer. No interest. Hmm. Irrenspitze, wo ist das denn? Achso. Hä, welches Gebiet ist das denn jetzt? Hier. Oder? Ich versuch's nochmal. Doch, müsste so sein, denke ich, oder? Ich glaube es schon. Irrenspitze, Tatsache. Komm, hier schaut auch schon alles nach Gift aus, ey. So, bestimmt einfach alles nur Gift, ey. Nur Gift. Damit meine ich nicht Geschenk. Ein Gift. Was seid ihr für Gegner? Seid kopflos. Dann nehm ich mal die Waffen. Also nicht, weil ihr kopflos seid, sondern weil ihr gar nicht so viel aushaltet und und die haben auch keine Reflexe. Ah, dich kenne ich auch schon, ne? Dickerchen. Ah, Wurfmesser, hä? Ich hab mal ein Leben, Stein. Hier geht nichts auf. Schade. Ach, kommt schon, ey. Jetzt mach das Ding da auf. Echt nicht. Warte mal, vielleicht kann ich den hier irgendwie locken. Oder du kannst auch springen, wenn du möchtest. Tja. Das kann halt passieren, ne? Wenn man nicht aufpasst. Ja, da hab ich ein Item gesehen. Also okay, kill ich den hier nochmal. Alter. Kein Sprung, ey. Ich werd jetzt nicht Sprung. Ich bin nicht lebensmüde. Schade. Muss ich ein Estos-Flakon nehmen? Muss ich. Ich mach's lieber. Ja, ganz smooth. Ganz smooth, Mann. Das sieht auch voll cool aus. So. Nebelwand. Alles hier. Ah. Der hat ges... Dingin hat mal gesagt, ein Kumpel. Das. Man hat irgendwas verbrennen kann. Aber... I'm not sure. Sure about it. Ah, das... Okay, das Nebelwand zum Bonfire. Gut, dann geh ich erstmal zur Nebelwand. Durch die Nebelwand. So. Jetzt lasst kämpfen, Mann. Ihr nochmal. Halt, ähm... Gegenstandskiste, soll ich mal was ablagern? Ne, ne? Ne. Nein. Wie kann ich jetzt eigentlich, äh... In der Leuch... Ah, fuck. Anzunnen. So geht das. Oh, ist das hell. Oh, vor... Alter, ist gut, ist gut. Mann. So viele von denen, das ist gefährlich. Eck. Ich bin voll mit den Dämonen. Hey. Ja. Das geht tatsächlich. Aber das ist Metall. Finde ich. Das schaut aus wie... Boah. Boah. Ich muss jetzt nochmal machen, oder? Mal ein Spawnfeuer irgendwie resetten. Ne, ich möchte keine Facke mehr. Hey. Ey, dieser Typ, ne? Die haben ein Moveset. Scheiße. Ich resette... Ich hab keinen Bock, ey. Zu wenig Leben und dann noch ein Estos-Flakon zu nehmen, ey. Ich hab keinen Bock zu... Komm. Oh, geil. Propeller. So, jetzt könnt ihr mir gar nichts, ne? Mit dem Hammer. Der Hammer geht so schnell kaputt, ey. Tragisch, tragisch. Zack. So. Hey. Warte, um die Wand. Ne. Ne, auch nicht. Oh. Und es ist... Doch, da ist immer noch Gift. Scheiße. Hat er sich überhaupt was gebracht? Ein Falzpinselgewürz. Hm. Klingt komisch. Ein Falzpinselgewürz. Hallo? Steh jetzt den Bauch fest? Ja. Warum sonst würdest du hier sein? Es hat Todes geschrieben. Alles über uns. Du willst zu hochladen? Ich kann dir einen Lader. Aber, ähm... Warum, ähm... Ich versuche es, zu helfen. Hast du keine Gratitude? Nicht... Ich... Ich... Ich lasse dich auf. Pah! Natürlich ist es nicht frei. Aber hier auch. So. Oh, hier ist ein Hebel. Cool. Ja, gut. Vielleicht, weil das irgendwie ein Knast sein sollte. Oder so eine Art Knast. Kann das sein? Ja, das ist ein Fahrstuhl oder wie? Hey, warte mal. Habe ich mir doch schon gedacht. Hm. Aber zerquetscht das einen ganz oben? Oder ist da noch irgendwas? Da ist was. Hm. Ich gehe gleich hin. Ja. Hallo. Ja. Nee. Ich komme eh nicht an die hier dran. Ich glaube, die wollen mich doch verkackern, oder? Oder... Oder? Oder? Oh. Was ist das? Hä? Öffnet sich von dieser Seite nicht. Wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Ach so. Hier ist ein Mr. Fahrstuhl. Halt mal. Dann ziehe ich jetzt hier mal den Hebel und gehe da schnell auf. Ah, ne Truhe. Cool. Das ist ein Mirror-Schild. Nein. Das ist ein Mirror-Schild. Mirror-Schild. Das Schild des stolzen Erachtens der Tat des amtlichen Mirror-Ordens. Mirror, war das nicht... Ein bisschen einen auf Baseball-Schläger... Äh... Baseball-Schläger machen, ey. Das ist cool. Aber von wo kam der denn jetzt überhaupt? Das ist echt eine gefährliche Gegend hier. Okay, die kommt zu mir. Okay. Hey, hey, hey. Yo, 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 yo. Was? Die spinnen doch, oder? Die spinnen doch richtig, oder? Oh, Mann. Da. Gut. Ich würde mal hier erstmal den Part bänden. Bis dahin. Also erstmal töte ich die. Ah. Bis dahin. Ciao.